Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brenn.orange. Mein Name ist Danny und ich reise heute mit euch nach Salzburg in die Arena Nonntal. Die SAK-Sportanlage ist nicht nur die Heimat von Salzburgs ältesten Fußballklub. Mit Josef Benko ist auf dem ehemaligen SAK-Platz eine echte Fußballlegende. Er hatte beheimatet über 42 Jahre lang, gab sich der gelernte Fernmeldetechniker seiner Leidenschaft Fußball hin und engagierte sich für den SAK, dies auch 25 Jahre lang als Obmann des Vereins. Über die besondere Geschichte des SAK und die Herausforderung für einen Traditionsklub in der aktuellen Zeit spreche ich heute mit Josef Benko. Servus und herzlich willkommen im Podcast. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, wir befinden uns jetzt aktuell auf der SAK-Sportanlage in der Ulrike-Gschwandmer-Straße 8, die auch Arena Nonntal bezeichnet wird. Für die Hörerinnen und Hörer, die nicht in Salzburg oder Österreich beheimatet sind, was ist denn das Nonntal? Das Nonntal ist einer der ältesten Bezirke in der Stadt Salzburg, praktisch direkt unter der Festung. Und das führt auch dazu, dass wir da sehr gerne sind im Zentrum der Stadt. Und außerdem sagen sehr viele Leute, das ist eine der schönsten Anlagen in Österreich. Mit dem Blick auf die Festung ist anscheinend ein wunderbarer Ausblick. Wir sind es schon gewöhnt, aber die Fremden sind alle sehr begeistert. Es ist auf jeden Fall eine wunderbare Sportstätte, die sich immer wieder lohnt, auch mal zu hoppen und hinzuschauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich weiß, du bist in dem Thema tief drin. Bis 2006 befand sich hier der altehrwürdige SAK-Platz. Was zeichnet denn diesen Platz aus und warum war dann letztendlich eine Renovierung notwendig? Der alte SAK-Platz muss man zur Geschichte ein bisschen gehen. Der Platz wurde von einem Graf Berchthold, der in der Kaiserzeit Außenminister war, dem SAK geschenkt mit der Auflage einer Sportstättenwidmung. Und 2022. Und das Interessante an diesem Platz war zuerst, dass zwei Jahre gespielt wird, obwohl mitten am Platz im Baum stand. Das ist ein ganzes Unikum. Ich war so froh und habe den Baum nicht weggegeben. Nach dem Krieg wurde die Anlage erweitert für 6.000 Zuschauer und ist natürlich dann in die Jahre gekommen, wo man gesagt hat, ja, das funktioniert nicht mehr. Aber trotzdem im Rückblick muss man sagen, die Anlage hat etwas für sich gehabt. So wie es bei alten Stadien immer ist, ist ein bisschen ein Wehmut dabei. Man muss aber dann anerkennen, er ist nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr renovierungsfähig. Und dadurch ist dann die neue Anlage entstanden. War da nicht irgendwas mit einer Holztribüne und dem Holztribünendach? Es ist so gewesen, es hat eine Betontribüne gegeben für 4.000 Personen. Und auf der Rückseite vom Tor und auf der Seite hat es eine alte Holztribüne gegeben. Und die ist in den Jahren, wo die großen Schneefälle waren, und zur gleichen Zeit wie im Berchtesgaden die Eishalle eingestürzt ist, hat der Schnee dieses Holztach heruntergedrückt und ist nach vorne weggekippt. Und jetzt wollte die Stadt die Tribüne zur Gänze abreißen. Und wir haben gesagt, naja, dann haben wir dort überhaupt keine Sitzplätze mehr. Sie sollen das Dach einfach wegschneiden. Das haben sie dann Spaß über Cabrio-Tribüne genannt, bis dann der Neubau gekommen ist. Aber zum Glück wurde niemand verlässt, es war in der Nacht. Bei der Modernisierung, über die wir hier reden, von 2006 bis, glaube ich, 2009, habe ich das richtig gelesen, dass du maßgeblich mitgewirkt hast? Es war so, wir haben, also ich habe einen Plan entworfen, wie wir uns das vorstellen. Dieser Plan ist von Aussehen und von der Lage her, vom Gestaltungsbeirat, insofern nicht anerkont worden, weil sie gesagt haben, das passt nicht in das Stadtbild. Wir wollten die Tribüne auf der anderen Seite haben, weil jetzt ist der Nachteil, jetzt sind wir wetterseitig. Wenn es regnet, regnet es ein paar Reihen in die Tribüne rauf und wenn die Sonne steht, dann braucht man einen Schirmkappen. Aber, naja, es ist halt passiert, aber die Details, die waren sehr, sehr schwierig. Es ist eine Ausschreibung gewesen, wo ein Schweizer Architekt gewonnen hat, der noch nie eine Fußballanlage gebaut hat. Das hat so weit geführt zu vielen anderen Einzelheiten, dass ich gesagt habe, ja, die Leute vom Stehplatz, wie kommen die rüber zur WC-Anlage? Ja, die können ja über den Fußballplatz gehen. Ich sage, ich soll ja während des Spiels über den Fußballplatz laufen, wo leben sie? Und das waren die Kämpfe, 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 dass wir das so hinbracht haben, dass es jetzt wirklich eine schöne Anlage ist. Nun steht sie ja wirklich mitten im Zentrum der Stadt. Und sagen wir mal so, ich glaube, dass das halt ein Bereich ist, wo sich sicherlich der ein oder andere Immobilien-Experte auch vorstellen hätte können, Häuser zu bauen, die er teuer vermarkten kann und dass man so einen Verein häufig auch aus der Stadt raus haben will. War das insgesamt ein Politikum, dass das hier so erhalten bleibt? Oder gab es dafür breite Unterstützung? Also musstest du kämpfen oder gab es schon, also wie war das, wollte man den Platz auch gegebenenfalls an einer anderen Stelle wieder neu aufbauen? Das war zu Beginn der Planung, das war 1998 hat das begonnen, dass man den Verein aus der Stadt hinaus und den Stadtrand drängen wollte, weil man hier natürlich sehr teures Geld für Immobilien bekommen würde. Und unsere Möglichkeit war, dass wir gesagt haben, wir haben die Fläche geschenkt bekommen mit einer Sportstättenwidmung und damit können sie uns da nicht rauswerfen. Es hat dann Diskussionen mit dem Bürgermeister gegeben, der hat gesagt, er lasst uns enteignen. Da habe ich ihm gesagt, die Enteignung, die schaue ich mir an, das werden wir beide nicht mehr erleben, bis das durch ist. Und haben dann auch so von den anderen Parteien gesagt, naja, das kann man nicht machen. Letztendlich hat er eingesehen, er kommt damit gewollt nicht durch und damit ist die Lage erhalten geblieben. Während der Modernisierung wurde ja weiter Fußball gespielt. Wo spielte der SAK da? Es war so, unsere Bedingung war, dass wir die neue Trainingsanlage fertiggestellt haben wollen, damit wir dort unseren Trainingsbetrieb und Spielbetrieb machen können. Das hat auch so stattgefunden, ausgenommen mit der Kampfmannschaft, die in der Regionalliga gespielt hat. Und aufgrund meiner guten Kontakte zum USK Gneiss hat die Kampfmannschaft ihre Meisterschaftsspiele zwei Jahre lang in Gneiss abgehalten. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die nicht in Österreich zu Hause sind, wo liegt Gneiss? Wie kommen die Kontakte zustande? War das ein weiter Weg oder ist Gneiss relativ nah? Nein, das ist in der Stadt, das ist ein paar Kilometer weg von hier. Es ist ja so, ich bin 1980 nach Salzburg gekommen und habe als Spieler in Gneiss begonnen. Also meine aktive Zeit hat 1967 begonnen. In Gneiss begonnen, war nach zwei Monaten Sektionsleiter bis 1997 und bin dann zum USK gewechselt als Spieler und Funktionär. Und dadurch habe ich die guten Kontakte zu Gneiss gehabt, die gesagt haben, ja, selbstverständlich, was du für uns geleistet hast, da kennen wir schon. Dafür haben sie als Gegenleistung im Winter den Kunsthausen zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt dadurch haben wir in Gneiss gespielt. Die neue Anlage, wie viele Plätze hat die? Also sieht es sehr, sehr groß aus? Die neue Anlage ist gebaut für 2000 Zuseher, ist sie genehmigt. Und das haben wir ein paar Mal gebraucht. Bei der 100-Jahr-Feier, bei der Eröffnung 2008, da haben wir gegen Red Bull gespielt und dann war da, wie man so sagt, die Bude voll. Wie viele Fußballplätze gibt es? Das Ganze entfasst das Hauptspielfeld und fünf Fußballplätze. Okay, das heißt, gegenüber vorher war es bestimmt nur ein Platz, oder? Wir hatten vorher einen Trainingsplatz, die sogenannte Klosterwiese, weil die war vom nebenliegenden Kloster angemietet. Und einen Hortplatz, der, wie soll man sagen, der war asphaltiert und da war ein roter Sand drüber im Winter, ja. Aber im Sommer war der unbrauchbar. Nun ist diese Neueröffnung 15 Jahre her. Jetzt mit dem Blick von 15 Jahren. Erstens war es eine gute Entscheidung. Ist es eine tolle Anlage? Und drittens, gibt es irgendwas, was du jetzt mit den Erfahrungen über die 15 Jahre anders machen würdest? Ich war während dem Bau vormittags am Platz, nachmittags am Abend am Platz, weil 300 Meter weiter weg meine Dienststelle ist. Nachdem ich Abteilungsleiter war, habe ich mir so ein bisschen einteilen können. Und man kann gar nicht so schnell schauen, dass man herkommt, dass es so etwas passiert, was man nicht will. Ich hätte das Flutlicht, das 400 Lux hat, das auch für die zweite Bundesliga geeignet ist, ausgenommen Live-Spiele, hätte ich damals schon größer gebaut. Aber das waren die 400 Lux schon ein Kampf, weil der Fußballverband schreibt nur 150 vor. Damit haben wir, wenn man Red Bull hernimmt und Grödig, eines der besten Flutlichte im Land Salzburg. Also große Sachen würde ich nicht anders machen. Im Detail kann man dann sagen, mein Gott, da hätte eine Steckdosen hingehört und das. Klar, das hat man immer, egal wie man. Ich hätte damals, aber da waren wir eben nicht so weit, im Nachhinein selber mit einem Kollegen die ganze Lernverkabelung für WLAN eingeleitet. Aber das hat man damals nicht gewusst, dass es so etwas einmal gibt. Aber man hätte ja so Zorö schon machen können, weil man immer sagt, wer weiß, was noch einmal kommt. Aber vom Großen und Ganzen her… Das ist eine tolle Anlage. Und auch dank dir, dank deinem Engagement. Es hat sehr viel Streit gekostet. Ich habe alle 14 Tage als Architekt gekommen. Da ist es immer zum Streit gekommen, bis er einmal gesagt hat, wenn ich eh so gescheit bin, dann braucht er eh nicht mehr kommen. Und ich habe zu ihm gesagt, bitte fahr ins Heim. Ich garantiere Ihnen, es sagt keiner, dass sie wieder kommen sollen. Und so weit ist das gegangen. Der hat Sichtbeton, Sichtbeton, Sichtbeton. Wenn man sich vorstellt, in der Dusche ist ein Bisuar drinnen. Es ist alles gefließend, nur die eine Meter Breite beim Bisuar nicht. Nein, es muss ein Sichtbeton irgendwo sein. Und da hat man das Glück gehabt, dass ein Fliesenleger aus Ostdeutschland war. Und der Architekt war weg. Und ich sage zu dem Fliesenleger, war der Architekt eh bei dir, dass du überall zufließen musst. Nein, dann hat er nichts gesagt. Ich sage, es hat er wieder vergessen. Alles zufließen. Der Fliesenleger hat über das Wochenende gearbeitet, ist heimgefahren. Nach 14 Tagen kommt der Architekt wieder, kriegt einen Topsuchtsanfall. Er lässt die Fliesen ab und dann sage ich, wenn es da Fliesen ab und reißt, dann raucht es aber da herinnen. Und lauter solche Sachen hat man sich kümmern müssen. Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr aufwendig war. Das Ergebnis ist sehr sehenswert. Auf jeden Fall eine wunderbare Anlage. Daneben ist die Sportunion beheimatet. Das liegt an der nahen gelegten Universität. Oder wie kann man das begründen? Oder ist der SRK mit der Sportunion irgendwie zusammen? Nein, es ist aus der Geschichte, war eben die Universität schon immer da. Dann war der Union Landesverband. Und als erster war der SRK 1914 da. Und die Stadt hat gesagt, die Uni-Universität muss abgerissen werden, beziehungsweise der Bundsunterrichtsministerium. Und wir haben auch immer gesagt, sie müssen mal was investieren und sanieren. Dann haben wir gesagt, man reißt alles ab und baut alles neu. So ist dieser, das Projekt hat er geheißen, Unipark Nondal. Wenn man jetzt ganz die Geschichte des SRK, also das hat sich überwiegend hier am SRK-Platz abgespielt, weißt du, wo die Anfänge, wo zu Anfang kurz nach der Gründung gespielt wurde? Es ist so gewesen, die ersten Spiele, SRK-Spiele, haben 1912 stattgefunden. Das waren so Studenten, Sachen, die gegen K&K, also gegen, heute würde ich sagen Bundesheer, Mannschaften gespielt haben in den Kasernen. Und der SRK wollte sich gründen und hat aber keine Genehmigung bekommen. Von 1914, am 24. Juni ist die Genehmigung erteilt worden. Dann hat der SRK einige Spiele gegen sogenannte Heeresmannschaften gemacht in den Kasernen. Dann ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen, da war dann eh praktisch Stillstand. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat man wieder ein paar Mal in Kasernen gespielt. Da war die Gründung und dann 1922 wurde eben der Platz vom Graf Berchtold gespendet mit der Auflage Sportstättenmittlung. Und so ist dieser Platz hier entstanden, wobei zwei Jahre mitten am Platz ein Baum gestanden ist, aber das hat niemand gestört. Das ist eindrucksvoll. Die Beziehung zwischen SRK und dem Graf, kannst du die irgendwie auflösen? Wie kam das? Die Gründungsmitglieder, das war der Besitzer der Stiegelbrauerei, der Herr Kirner, der Graf Mayer-Mellenhof, dann der Kinobesitzer und der Obmann, der damalige, was der vom Beruf so war. Und die haben da den Kontakt hergestellt, Graf zu Graf. Das ist natürlich sehr leicht gewesen. Und der Herr Kirner als Stiegelbrauereibesitzer war auch keine Schwäche. Die haben den Kontakt hergestellt und der hat das dann gespendet, eben mit der Sportstättenauflage. Die Gründungsmitglieder, die finden die Historiker auch hier relativ schnell in der Sportanlage wieder richtig? Es ist richtig. Beim Haupteingang der Sportanlage sind oben zwei Marmordtafeln, eine mit den Gründungsmitgliedern und einem Bild. Und daneben eine Erinnerungstafel von 1936, wo Österreich bei Olympia in Berlin die Silbermedaille gemacht hat, wo vier SRK-Spieler dabei waren. Was sehr, muss man sagen, die müssen schon sehr gut gewesen sein, dass sie gegen die Wiener Partie sogar einberufen worden sind. Ich weiß nicht, wie intensiv beim SRK die Geschichte recherchiert wurde, ob es da jemanden gibt, der sich da engagiert. Kannst du so ein bisschen was bis zum Zweiten Weltkrieg und kurz danach? Der SRK war immer Nummer eins zu dem Zeitpunkt. Richtig, ja. Und gab es da sportliche Erfolge in der Zeit? Ja, es gab sportliche Erfolge insofern, dass der SRK natürlich immer im Cup Landesmeister worden ist. Es hat eine Menge Vereine gegeben, die es jetzt nicht mehr gibt. Zwei der ältesten gibt es noch, das ist der 1. SSK 1919 und der 1. Oberndorfer Sportklub 1920. Die sind von den älteren Vereinen, die gibt es noch. Und dann hat es Rapid Salzburg gegeben und so weiter, die gibt es alle nicht mehr. Während des Zweiten Weltkriegs, ich habe irgendwo gelesen, dass der SRK relativ schnell einen Aria-Paragrafen in seiner Satzung hatte, dass man dann relativ konform war letztendlich mit dem Nazideutschland und das ein bisschen irritierend war, weil es in den Zeitlagen auch ein jüdischer Obmann kam. Weißt du da was? Naja, es ist natürlich so, wie die Nazis gekommen sind und gesagt haben, wir wollen das, da hätte man sich wehren können dagegen. Jetzt hat man natürlich mitgespielt, es hat da Parteiveranstaltungen gegeben auf dem Platz, es hat ja früher eine Laufbahn gegeben am ganz alten Platz. Und da hat es auch ein Aufmärsche und so weiter gewesen, du kannst ja als Funktionär nicht wehren dagegen. Und das ist dann nach dem Krieg lange dem SRK vorgehalten worden, er ist ein Naziverein. Ja, freilich wäre es nach dem Krieg die Funktionäre, wäre aber nicht irgendwo bei der Partei dabei, damit er seine Ruhe haben kann. Also es waren keine aktiven Nazi, die waren halt Mitglied. Und dann hat man gesagt, jeder, der bei der Partei war, ist ein Nazi. Und das ist eigentlich, lang ist es denen nachgehängt, dem Verein, das ist ein Naziverein. Also nicht, weil Sie gerade sagen, wegen Nazi, ich habe einmal eine Geschichte gesehen in Deutschland, da hat man ja wegen sogenannter Nazi-Sachen, da war Bayern München, Schalke 04, haben Sie alle in der Reise gehabt, dass da Nazi am Werk waren. Ja, und genauso war es da. Wie ging es sportlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter? Ich habe irgendwo gelesen, dass dieser Platz hier auf dem SRK-Platz auch genutzt wurde, nicht nur für Aufmärsche, sondern teilweise auch irgendwie Panzer und so weiter standen, also dass das Spielfeld erstmal nicht nutzbar war. Stimmt das, oder? Das stimmt, natürlich durch diese, sage ich einmal, Parteiaktionen ist natürlich das Ganze ein bisschen verwildert, wenn man da auf der Aschenbahn mit einem Panzer fährt, ist die kaputt. Aber der SRK hat sich dann wieder erfangen, wie der Zweite Weltkrieg aus war, und ist dann 1952, 1953 in die damalige Erste Liga aufgestiegen, die hat damals Staatsliga geheißen. Natürlich dann ordentliches Lehrgebiet, soll ich dann auch am Jahr wieder abgestiegen, aber sie waren immer vorne dabei und haben sich halt, ich meine, die Staatsliga oder die oberste Liga, die war beherrscht von den Wiener Vereinen, hat man nicht mitkennen. Aber letztendlich hat man immer mal geschnuppert an der Ersten Liga, war auch mal in der Ersten Liga. In der Stadt war man auch nach dem Krieg noch die Nummer eins. Was passierte denn dann? Irgendwann bleibt ja dann SAK und Austria. Wie kam das, dass sich das veränderte über die Zeit dann? Wie ist das entstanden? Ja, ich muss sagen, der SRK hat seine Vormachtstellung wenig genutzt. Und bei der Austria waren Leute am Werk, die waren da ein bisschen kleberer. Und dadurch haben sie den SRK überholt, haben mehr Geld lukriert und so weiter. Und der Ruf in der Stadt, das ist ein Naziverein, der auch nicht gerade fördert und für die Zukunft. Und so ist dann die Austria dann eigentlich langsam immer stärker geworden, obwohl 62, 63 der SRK wieder in der obersten Liga war, hat dann Nationalliga geheißen und ist in der Zwischenzeit dann so zweite Liga, Regionalliga, dann hat es wieder keine Regionalliga gegeben, dann hat es Alpenliga, Dauernliga geheißen, dann ist es so in der dritten Liga umhergelaufen und ist 1985, 86 wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Und da war es ja so, dass die Austria Salzburg abgestiegen ist in dem Jahr. Und da wollte die Austria Salzburg eine Fusion mit dem SRK. Und bei Austria waren alle dafür und beim SRK waren alle dagegen. Da haben wir als kleinerer Verein, wir gehen da unter und recht haben es gehabt. Und dann ist der SRK lang in der zweiten Liga gewesen und dann in der dritten Liga. Das heißt, gibt es ein besonderes Ereignis oder einen festen Zeitpunkt, wo du sagst, da hat sich die Vormachtstellung gedreht oder war das so ein schleichender Prozess? Kann man das nicht an irgendwas festmachen? Nein, festmachen nicht, aber es war vorher schon so, dass der Austria, also bevor wir 1985, 1986 in die Bundesliga gekommen sind, würde ich sagen so in den 70er Jahren und so weiter, hat der Austria uns überholt, die einfach mehr Mittel gehabt haben und so weiter. Da sind dann zwar abgestürzt und wir sind aufgestiegen, wir sind dann abgestiegen und der Austria ist wieder aufgestiegen, eben mit dem Krankel, den sie als Golgetter geholt haben, der hat es nach oben geschossen. Und so ist das Ganze entstanden. Und der Austria ist halt dann, trotz aller Erfolge, war der Rudi Gweinberger, der Obmann, vor dem Konkurs gestanden mit 70 Millionen. Und Dankbarkeit hat der Martinschitz gesagt, du hast mir geholfen, wie ich gestartet bin, weil ich habe nichts gehabt. Ich gebe dir die 70 Millionen und der Verein gehört mir. Und so ist Red Bull entstanden. Nun gibt es ja Austria, Salzburg wieder. Die Geschichte haben wir auch schon mal in einem Podcast beleuchtet, wird mit großem Engagement wieder gegründet. Ihr seid euch auch begegnet in der Regionalliga, wenn ich das richtig nenne. Wie würdest du das Verhältnis aktuell bezeichnen? Gut, ich weiß, du bist nicht mehr in einer offiziellen Funktion, aber warst du bis 2022? Wie würdest du das Verhältnis in der Stadt zwischen Austria und dem SRK beschreiben? Angespannt oder? Auf Funktionärs-Ebene sehr gut. Haben wir überhaupt kein Problem. Das Problem sind die Fans. Weil zwar, warum, Red Bull hat Austria übernommen, hat gesagt, wir heißen jetzt Red Bull, wir haben eigentlich die Dressen vor und die Fans wollten, dass irgendwas vom alten Austraunamen drin ist, dass irgendwas Violettes in der Dress drinnen ist und Red Bull hat gesagt, wir haben das, wir machen das, wie es wir glauben. Dann haben sie randaliert und hat das rausgeschmissen. Und dann hat sich 2005 Austria-Salzburg neu gegründet und die Radikalen sind leider geblieben. Und da haben nicht nur wir ein Problem mit den Fans, sondern alle Vereine, wo die auftreten, gibt es überall Chaos. Das war das Problem. Und als Stadtrival ist natürlich noch ein bisschen Ärger, wobei unsere Fans überhaupt nichts tun. Aber die kommen halt und wenn es nicht so läuft, wie es glauben wird, alles zusammenkaut und so weiter. Es ist schon besser geworden. Weil wenn man mir vorstellt, wie der Austria da Regionalliga war, die haben am Anfang 1500 Zuschauer gehabt, jetzt haben sie nur mehr die Hälfte. Also es hat sich schon beruhigt, aber auf Funktionärs-Ebene war es immer ein gutes Verhältnis. Aber vielleicht nochmal, kann man es nicht auch von der anderen Seite sehen, ist es nicht auch beeindruckend, mit welcher Leidenschaft Fußballfans versuchen ihren Verein, mit dem sie sich identifizieren, mit ihren Farben, für den sie dann auch kämpfen und sich einsetzen. Ist das nicht auch beeindruckend? Lebt davon nicht jeder Traditionsverein? Gerade in so einer schwierigen Situation. Also findest du das nicht auch beeindruckend, wenn hier plötzlich zu so einem Spiel, wo man häufig mal 100, 200, vielleicht auch 300 hat, plötzlich tauchen hier 500 Leute auf. Das ist doch auch beeindruckend, oder? Naja, wir haben im Schnitt so 300, 400, 500 Zuschauer. Das ist okay. Beeindruckend schon. Nur was leider ein Phänomen ist, diese Gewalttätigkeit generell. Und die gibt es nur im Fußball. Wenn man sich anschaut, Eishockeyspiele, schaue ich mir immer wieder mal an, da kommen von Klagenfurt die Fans auf, auf der einen Seite die Klagenfurter, da die Salzburger, die sitzen miteinander, trinken ihr Bier, gehen ins Stadion rein, schreien sich die Söhe raus, da gehen raus und trinken wieder Bier miteinander und gehen nach Hause. Warum funktioniert das im Fußball nicht? Und das, weil einfach die Bühne größer ist oder was auch immer, das ist schade, das macht viel kaputt. Gibt es so eine Art Fangruppe oder feste Fans auch beim SRK, kann man das so sagen? Gab es das mal so, dass man direkt eine organisierte Fanszene hat? Es gibt schon eine Fanszene, die nennen sich Rude Boys. Und zwar ist die entstanden von den Gymnasien, die da in der Gegend sind. Und die waren nur so 50, 60 Leute. Nach der Matura sind es ein bisschen weniger geworden, weil natürlich viele durchs Studio um irgendwo anders hinkommen sind, aber sie gibt es noch. Du hast schon gesagt, die Anzahl der Zuschauer hängt natürlich immer ein bisschen vom Gegner und so der Liga ab. Aber wie muss ich mir vorstellen, du hast gesagt, 85, 86 war nochmal der Aufstieg. Im 1985 gab es den Meistertitel. Wie viele Zuschauer hat so der SRK zu diesen Hochzeiten gezogen? Naja, es waren Spiele, wo 4.000, 5.000 da waren. Es hat sogar mal Zeit gegeben, wo sie einen Zusatz der Bühne aufgestellt haben, wo 10.000 Zuschauer da waren. Aber im Normalfall war das Stadion sofort ausverkauft mit 4.000, 5.000 Zuschauern. Wenn wir jetzt auf dich nochmal schauen und versuchen, den Zeitschreit dich dort mit integrieren, dann gehen wir jetzt ein Stück zurück, weil 1980 bist du, das hast du schon gesagt, Sektionsleiter in Kneis geworden. Hast du zu dieser Zeit, hat man den SRK auch so ein bisschen mitverfolgt oder warst du ganz neu angekommen, ganz auf dein sportliches Engagement, wenn ich es richtig verstanden habe, und dein Funktionärsengagement in Kneis konzentriert? Ich war schon konzentriert auf Kneis. Natürlich habe ich aber in der Stadt SRK aus der Salzburg und die anderen Vereine in der Regionalliga beobachtet und habe manchmal zu einem Spiel gegangen. Und der Kontakt zum SRK ist eigentlich gekommen, dass wir in Kneis mit dem Open zusammen mit Walter Rembad haben wir aus der Holzbaracken des Obgriffs ein neues Vereins einbaut, einen neuen Fußballplatz dazu, es hat einen neuen gegeben, als Hauptspielfeld, ein Flutlicht gebaut. Und 1997 ist dann der Wunsch gekommen vom Vorstand und so weiter, wir müssen den Spielern etwas zahlen, damit wir besser werden. Und ich war dagegen, habe gesagt, wir haben ein ausgeglichenes Budget, müssen aber noch Raten zurückzahlen. Dann hat man mich überstimmt und hat gesagt, das ist egal, das kriegen wir schon hin. Dann habe ich gesagt, dann bin ich aber nicht dabei, weil das kriegen wir schon hin. Das geht meistens in die Hosen. Und bin ausgestiegen und 14 Tage später ist ein Funktionär vom SZK gekommen und hat gesagt, willst du nicht bei uns was machen? Und habe gesagt, ja, ich schaue mir das einmal an und bin im September, dann Oktober zum SZK gekommen, habe dann mittrainiert mit der Kampfmannschaft, ein bisschen schauen, wie das Ganze läuft und so weiter. Ja, und ein paar Wochen später war ich Sektionsleiter und habe eben da dann schon mitgewirkt mit der ganzen Planung, mit den Gesprächen von der neuen Sportanlage. Und 1999 hat der Obmann gesagt, ich mag nicht mehr, ich habe ja wieder als Obmann. Ja, alle haben sich abgeseilt und ich bin übergeblieben. Der SZK war in der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt? Nein, der war zu dem Zeitpunkt schon Regionalliga, dritte Liga. Was waren die personellen Stützen zu dem Zeitpunkt? Also wer waren die Fußballer, die aufgezeigt haben, wo man gesagt hat, auf die konnte man zählen, auf die konnte man stützen, das ist eine Perspektive. Ja, es war eine hervorragende Mannschaft, die zu 90 Prozent aus Eigenbauspielern bestanden ist, weil im Nachwuchs hervorragend gearbeitet worden ist. Man ist da teilweise immer vor der Austria gewesen und SZK hat immer 10, 12 Nachwuchsmannschaften gehabt. Und da hat es einen Trainer gegeben, in Reutner-Hermann, der sehr viel auf den Nachwuchs gelegt hat und auch geschaut hat, wenn er wo einen guten Spieler gesehen hat, wirst du nicht zum SZK kommen. Und da hat er da eine Truppe zusammengeschaut, der Zia Fredi, der mehrfach hintereinander Torschützenkönig geworden ist in der Regionalliga und so weiter. Und der Fitzgott, der Heinz, der aus der Bundesliga noch übergeblieben ist. Und das war so eine geschlossene, junge, giftige Mannschaft, die immer im vorderen Feld der Regionalliga dabei war. Regionalliga für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland, die mit dem Ligensystem vielleicht nicht vertraut sind, ist die dritte Klasse. Das ist die dritte Liga, ja. Entsprechend. Wie ist das 2022 gewesen? Wie groß ist der Verein SAK? Weil du gesagt hast, damals zehn Nachwuchsmannschaften. Wie groß muss ich mir das heute oder zumindest mit dem Ende deiner Tätigkeit vorstellen? Wie viele Nachwuchsmannschaften, wie viele Mitglieder hat der Verein? Naja, Mitglieder hat er nicht sehr viele. Es sind ungefähr 120 unterstützende Mitglieder. Das muss man dazu sagen. Er hat in den letzten Jahren meiner Zeit immer so um die zehn, zwölf Nachwuchsmannschaften gehabt. Also von der U7, das sind die kleinsten, rauf bis zu U18. Dann der zweite Kampfmannschaft, die sogenannte 1B-Mannschaft und die Kampfmannschaft. Woher zieht der SAK seine Mitglieder schon aus dem direkten Umfeld? Du hast es angesprochen, dass hier ein Gymnasium in der Nähe ist. Daraus oder wo? Nein, es ist schon aus der Umgebung auch ein bisschen, aber es ist in der Stadt Salzburg hat der SAK einen sehr guten Ruf für die Nacharbeit. Jetzt kommen sie auch von anderen Bezirken. Nicht nur aus Nondal, die kommen aus Liefering und überall kommen die Leute, weil es sagen, da ist eine super Mannschaft und da werden auch Eigenbauspieler in die Kampfmannschaft hochgezogen. Da sehe ich immer eine Chance, das ist aufgrund des guten Rufes der Nachwuchsmannschaft kommen sie aus der ganzen Stadt. Wie ging es denn in der Zeit, als du aktiv warst, sportlich weiter? Wir waren 98 in der Regionalliga. Ja, 98 in der Regionalliga, dann 2004 ist uns dann der Hauptsponsor ausgestiegen, das war die Hypo Bank Salzburg, die wurde von der Reica Oberösterreich übernommen und die haben sofort alles gestrichen. Naja, 30.000 Euro im Jahr weniger ist auch ein Haufen Geld und haben zwei Jahre keinen Hauptsponsor gehabt. Jetzt habe ich natürlich den Gürtel enger schneiden müssen und die guten Spieler abgeben. Damit sind wir dann in die vierte Liga abgestiegen, wo wir jetzt sind und habe aber den Verein dann finanziell wieder hingebracht. Da war ein hoher Schuldenberg und mit der 100-Jahr-Feier 2014 war der Verein wieder schuldenfrei. Also es ging dann einfach hoch und runter etc. Also wir haben, die zweite Liga war nur mal kurz nochmal im Blick. Ein Grund dafür war, im Januar 2018 gab es einen neuen Präsidenten und Hauptsponsor, der Salzburger Unternehmer Christian Schweiger. Kann man sagen, dass mit ihm dann der sportliche Aufschwung kam? Der Christian Schweiger ist ein, wie soll man sagen, eine sehr gute Firma und der wollte den Verein unbedingt in die zweite Bundesliga bringen. Und er hat dann angefangen hat so, dass er gesagt hat, da brauchen wir einen Stürmer. Ich habe einen. Ich sage, ja, den können wir uns nicht leisten. Ja, den zahre ich. Ja, da brauchen wir Tänzspieler, ich sage, den können wir uns nicht leisten. Den zahre ich. Und so ist das zusammengekommen, dass auf einmal eine Mannschaft da war, die dann in der Meisterschaft alle Spiele gewonnen hat, überlegen. Und dann war das Thema im Frühjahr Bundesliga. Ich bin zwar zu den Kursen der Bundesliga gefahren, die Lizenzansuchen und so weiter, die Vorbereitungen, die Anlage war von der Bundesliga her Bundesliga-tauglich und Ende März hätte man das Ansuchen abgeben müssen, wollen wir jetzt oder wollen wir nicht. Und ich habe gesagt, das geht sich nicht aus, was soll mir zwei Millionen Euro zusätzlich herbringen, weil wenn wir das nicht haben, dann sind wir eine Prügelgnabe, dann haben wir keine Zuschauer, die Spieler fahren jetzt nicht mehr. Das ist nicht gelungen. Jetzt habe ich gesagt, ich suche nicht an. Und dann hat es natürlich ein bisschen Aufstand. Ja, aber wir hätten es vielleicht. Und wenn wir aufsteigen fix, dann sagt der zu. Ich sage, ja, er sagt eh zu, aber mit wie viel? Mit 10.000 Euro, da helfen wir nicht weiter. Und mir ist entgegengekommen dann, dass zu Corona der Spielbetrieb eingestellt worden ist. Jetzt hat es keinen Auf- und keinen Absteiger gegeben. Damit hat sich das Thema erledigt. Weil das wäre Chaos gewesen, also finanzielles. Wo gehört aus deiner Sicht, also welche Leistungsstufe ist die passende für den SAK? Die passende Leistungsstufe ist die derzeitige, die vierte Liga. Die hat den Vorteil, dass man, wenn man halbwegs eine Mannschaft hat, vorne mitspielen kann. Es bringt der Gegner sehr viele Zuschauer mit. Die kennen sich alle, ob die Nachbargemeinden, da kommen 100, 150 Leute mit. Ja, ist eine super Stimmung. Die Regionallieg ist wesentlich teurer. Nur wenn du in Salzburg gegen einen Vorarlberger Verein spielst, das interessiert keinen und die bringen niemand mit. Also das wäre die Liga, die finanziell auch und sportlich das Ideale ist. Weil lieber in der Salzburger Liga Dritter als in der Regionalliga Vorletzter. 2020, 2021, diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, gab es einen Cheftrainer mit Roman Wallner, der in Österreich ein sehr, sehr bekannter Fußballer ist. Und das sorgte auch dazu, dass es viel Aufmerksamkeit für den SAK gab. Ich vermute mal, dass sein Engagement, ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, der Ex-Präsident auch so geregelt hat, dass er maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das zu finanzieren war. Aber das war schon was Besonderes, so eine Verpflichtung. Nein, das hat mit dem Präsidenten nichts zu tun. Der Roman Wallner hat seine Profikarriere in Grödig gehabt und hat dann die Profikarriere beendet, beziehungsweise er wollte noch weiter Profi werden, aber er hat einmal nichts zu tun gehabt und hat beim nebenliegenden Gymnasium, das ist ein Sportgymnasium, hat er Fußballunterricht gegeben und hat ein bisschen Geld bekommen. Und die haben da nebenan den Platz angemietet. Und dann ist er zu uns gekommen und hat gesagt, ja, ich würde gerne ein bisschen trainieren, kann ich bei euch mittrainieren? Da habe ich gesagt, ja sicher, das ist, du da mittrainierst, das ist für die jungen Buben eine super Sache. Dann hat er mittrainiert und der Trainer hat ihn dann über ein bisschen eingespannt, dass er Trainings macht und so weiter. Und dann haben wir ihn offiziell zum Co-Trainer gemacht und wie der Haupttrainer woanders hin ist, haben wir gesagt, übernimm das Traineramt. Und er hat gesagt, das passt mir genau rein. Ich bin gerade in der Zeit, eine Lizenz zu machen und das gefällt mir da, das ist super. Und so ist das zu dem gekommen. Und er hat gesagt, ich habe genug Geld, ich mache es nicht ums Geld. Er hat halt, so wie es heißt, die pauschale Reislauf, Aufwandsentschädigung, die steuerfrei ist. Da hat er halt so circa 500 Euro im Monat bekommen. Er hat gesagt, das ist der Aufwand, den ich betreibe für da. Aber mehr ist es nicht. Das war so ein netter Mensch. Ich habe mich ja gekannt aus der Bundesliga, wo er ein bisschen leider durch seinen Lebenswandel sich die große Karriere total verhaut hat. Aber er ist trotzdem Teamspieler gewesen und ist dann von uns nach Alltag gegangen als Co-Trainer und da ist er gestern gekündigt worden. Cheftrainer und er auch. Das stimmt. Das heißt, du hast ihn in sehr, sehr positiver Erinnerung. Du hättest dir gewünscht, er kann noch ein bisschen länger hier bei euch bleiben. Ja, ich hätte mir schon länger gewünscht, aber mir war klar, dass der alles nicht ewig bei uns in der vierten Liga herumspielt, dass der was Größeres will. Und ich habe auch privat ein bisschen Kontakt. Er stammt ja aus Graz und ich komme sehr viel nach Graz, weil meine Frau von unten ist und da rufe wir uns immer zusammen. Wenn er unten ist, ruft er mich an und wo ich unten bin und dann bei uns passt, treffen wir uns und sein Vater treffe ich immer wieder, der auch in Graz wohnt. Und wenn ich dich richtig verstehe, hast du keine Sorge, er wird seinen Weg gehen als Trainer oder er wird wieder eine Beschäftigung finden und wird da sicherlich auch auf einen guten Weg gehen. Ich habe ja auch 1989 die UEFA-Lizenz gemacht und ich war dann in den 2006, 7, 8, war ich offiziell der Trainer beim SRK, weil der Trainer keine Lizenz gehabt hat. Damit bin ich bei jedem Training gewesen, bin auf der Ersatzbank gesessen und ich habe die Lizenz nicht gemacht, weil ich unbedingt Trainer werden wollte. Meine Sache war, dass ich gesagt habe, ich muss über 20 Trainer entscheiden und habe selber null Ausbildung und weiß nicht, wie es geht, was richtig ist. Also ich möchte mich ausbilden lassen, damit ich sagen kann, das ist ein guter, schlechter Trainer. Das war der Grund dafür. Weißt du eigentlich, wie die Vereinsfarben zum SRK gekommen sind? Der SRK hat, wie er angefangen hat zu spielen, in Wien eine Dress bestellt, eine rot-weiße und haben eine blau-gelbe geliefert bekommen und dadurch ist die Vereinsfarbe blau-gelb gewesen. Das ist letztendlich keine Intention, sondern eben in dem Moment einfach zu... Man hat einfach gesagt, ja, rot-weiß gefällt uns, dann haben sie eben falsche Dress gekriegt, entweder war die für die Vienna geplant, dem öltesten Verein in Österreich, weil der ist blau-gelb, aber das weiß man nicht. Irgendwann ist sie falsch geliefert worden und das hat man akzeptiert und ist bei der Farbe geblieben. Im Oktober 2022 gab es eine große Ehrung, die Stadt Salzburg hat dir die Sportmedaille in Silber verliehen und das Land Salzburg in Gold. Ich nehme an, das war ein besonderer Moment für dich? Ich bin jemand, der wenig von Ehren in Held, mal grundsätzlich. Ich bin, wenn ich als Funktionär arbeite und man kriegt als Echo irgendwie das Lott und sagt mir, der arbeitet gut, ist mir mehr wert als eine Medaille. Aber wenn ich mir hernehme beim Land Salzburg und man kriegt da die goldenen Sportverdienstmedaille und steht, nehme ich einen Olympiasieger und nehme ich einen Weltmeister und sieht, dass ein Olympiateilnehmer nur das überkriegt und so weiter, dann sagt man, das ist schon eine Ehre. Nun haben wir ja gesagt, oder du hast gesagt, die vierte Leistungsstufe ist für den Traditionsverein SAK, den ältesten Salzburger Fußballklub. Im Land Salzburg der älteste Klub, muss man immer aufpassen, sonst glaubt man nur in der Stadt. Ja, okay. Das ist die passende Liga. Nun schaue ich auf die Tabelle, sehen da den SAK diesen großen Traditionsverein am Tabellenende und so eine Tradition ist ja manchmal auch eine Last, die sehr schwer wiegt und manche Traditionsvereine kommen da in große Schwierigkeiten. Ich weiß, du bist 2022 deine offizielle Tätigkeit beendet. Muss ich mir Sorgen um den SAK machen? Ja, es ist so, dass ich seit meiner Karriere, ich habe im 7. Mai 2022 bei der Generalversorgung meine Tätigkeit eingestellt, habe aber gesagt, ich mache bis Jahresende, helfe ich euch weiter, wie man die Auszahlung berechnet für die Spieler, wie man die Buchhaltung führt, wie man die Förderansuchen und so weiter macht und bin ab dem Zeitpunkt und wie das vorbei war, bin ich noch Oberösterreich mehr gewandert. Ich habe ja mein Hauptwohnen jetzt immer in Oberösterreich gehabt, wo ich Donnerstag meistens nach Oberösterreich fahren am Sonntag wieder komme. Jetzt habe ich kein Spiel gesehen. Jetzt kann ich auch kein Training, jetzt tue ich mich schwer mit der Beurteilung, bringen die Spieler nicht das, was sie bringen könnten oder können sie nicht mehr bringen oder sind sie falsch aufgestattet, didaktisch falsch. Ich kann das nicht sagen, ich treffe immer nur wieder Kollegen, die sagen, 90 Minuten keine Torchance gehabt oder dann wieder vier Torchancen gehabt, keine Tor gemacht. Ich weiß den Grund nicht, aber irgendwas muss passieren, bevor man hinten einbetoniert ist, weil dann nutzt da ein gutes Frühjahr nichts. Es gibt zwei Absteiger und es wäre natürlich schon eine kleine Katastrophe, wenn sie absteigen. Nämlich ist es so, wenn du von der Regionalliga in die Salzburger Liga absteigst, ist nicht viel passiert. Wenn ich aber von der Salzburger Liga in die Landesliga-Absteiger, dann gibt es keine 1b-Mannschaft mehr, keine zweite Kampfmannschaft, nur mehr Reserve und die interessiert überhaupt niemanden. Und damit sehen sie dann auch die jungen Spieler keine Chance, dass sie über die 1b in die Kampfmannschaft kommen, weil die Reserven, die will ihnen niemand ernst, da spielen zum Teil alle die Herren drinnen und so weiter. Also es wäre sportlich nicht nur das ein Einschnitt, sondern man muss dann ja erst wieder Meister werden, die Jungen können auch Fußball spielen. Aber ich weiß nicht, ob es im Wind irgendwo nachgebessert wird, dass man sagt, man schaut um einen Top Stülmer oder was, aber im Wind ist halt Transfermarkt sehr klein, wer geht weg, den zwar anders rauszuschmeißen oder weil er da mehr Geld kriegt. Also Wintertransfers sind sehr, sehr schwierig. Lass uns ein wenig zurückblicken auf deine 25 engagierten Jahre, was ja sehr beeindruckend ist, gibt es ein Spiel, oder es wird sicherlich mehrere geben, aber gibt es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung bleibt und was du nie vergessen wirst? Ein besonderes? Ich muss dazu sagen, ich habe alle Spiele, die ich gesehen habe, ich bin nie ins Haft gegangen, ich war nie auf einen Schiedsrichter eingeschrien, weil ich mir gesagt habe, es hilft nichts. Ich habe selber von 67 bis 2002 Meisterschaft gespielt, ich habe nie eine Diskussion mit einem Schiedsrichter gehabt, weil ich gesagt habe, das nutzt du eh nichts, jetzt hat er Pfiffen, was soll ich? Und auch als Funktionär nicht. Auch wenn der noch so einen Hut zusammenpfiffen hat, ich habe dann, wenn die Spieler gesagt haben, ich sage, schau, der hat zweimal einen Fehler gemacht. Wie oft hast du einen Fallpass gemacht? Der ist auch nur einer und versucht das Beste und macht etwas falsch. Und wenn man ihm dann ein Video zeigt, dann sagt er, da bin ich wirklich falsch gelegen. Und jetzt spiele ich, wo ich sage, hochdramatisch, nein, wo ich sage, das sticht richtig raus, das hat es nicht gegeben. Ich war... Den schönsten Moment beim SRK? Der schönste Moment war, dass ich nach langem Kampf und irrsinnig viel Zeitaufwand das Eröffnungsspiel 2008 gegen Red Bull und da, was mich da sehr gefreut hat, ist, Red Bull ist zum Eröffnungsspiel gekommen und wir haben mit Red Bull gesagt, ob sie diese Stars auch Zeit nehmen, nachher ein bisschen Autogramm. Selbstverständlich. Und das muss man schon sagen, die sind aufwärmen gegangen, sind da ausgelaufen, sind um den Platz gelaufen und die Kinder, die klangen, die 8, 9, 10-Jährigen sind am Platz rein, die sind ausgelaufen und jeder hat ein Kind an der Hand gehabt. Da sind Kinder dabei gewesen, wo man gesagt hat, wenn man denen beim Training sagt, der muss 20 Meter laufen, geht eh schon nicht, die haben einen roten Kopf gehabt, das ist fast zu reißen, die sind mitgelaufen, die haben da mitgemacht. Also so eine freundliche Mannschaft, dann wollte man die Kabine putzen, aber man zur Antwort kriegt, nein, wir verlassen die Kabine so, wie wir sie betreten haben. Und das hat mir damals das große Ereignis, das Verhalten von so einem großen Klub, das Auftreten von dem Klub, das hat mich am meisten fasziniert. Also erst einmal froh, endlich ist es geschafft, jetzt haben wir eine neue schöne Anlage. Und dann mit so einem Gegner, die dann sehr oft bei uns aufhören, wenn sie im Europacup gespielt haben am Donnerstag, haben sie neben einem Hotel Castellane übernachtet und sind dann am Spieltag, am Donnerstag Vormittag gekommen und haben gefragt, ob sie ein bisschen so ein Aufwärmtraining machen können. Dadurch ist ein sehr guter Kontakt zu Red Bull entstanden. Dein schwärzester Moment? Ich habe keine Freude gehabt, wenn wir verloren haben, aber wie wir abgestiegen sind, das war auch geplant, weil wir es uns nicht mehr leisten haben können. Es hat keinen so Moment gegeben, wo man sagt, jetzt geht die Welt fast runter. Hat es nicht gegeben. Ich habe immer zu den Spielern gesagt, ich freue mich, wenn es gewinnt und ich freue mich auch, wenn es verliert, weil dann brauche ich keine Prämie zahlen. Und deine heutige Situation ist, dass du keine Funktion im Verein hast, aber für Fragen immer zur Verfügung stehst du ungefähr, habe ich das verstanden, richtig? Es gibt sportlich keine Fragen, es gibt Fragen immer zur Haustechnik. Und da kennst du dich ja auf jeden Fall aus. Mit Blick heute vielleicht zwei Fragen nochmal so grundsätzlich zum österreichischen Fußball. Wir haben ja eine spannende EM erlebt, es gibt wieder so ein bisschen Diskussion, wie soll die zweite Liga strukturiert sein, gibt es Diskussionen mit mehreren Staffeln. Glaubst du, so grundsätzlich der österreichische Fußball ist gut aufgestellt? Naja, ich möchte dazu sagen, ich war ungefähr 30 Jahre im Vorstand des Salzburger Fußballverbandes als Klassenausschussvertreter und habe damals vor Corona und so weiter und dann während der Corona-Zeit hat es auch schon Diskussionen gegeben wegen Umstrukturieren. Mehr Regionalligen, die zweite Liga aufteilen, auf zwei Ligen. Da hat es ein Holländer oder eine Firma aus Holland gegeben, die hat so ein Konzept entworfen. Das hat man dann verworfen. Es ist wieder alles beim Alten geblieben und jetzt gibt es wieder die Diskussion, dass man in der Saison 26, 27 fünf Regionalligen macht und dann gibt es halt keinen Direktaufsteiger mehr, sondern gibt es wieder Relegationsspiele in einem Art Turnier. Ich war damals dabei, wie man endlich durchbuchst hat, dass alle drei Regionalligen jeder aufsteigt und kein Relegationsspiel ist. Das ist natürlich eine Sache von der Bundesliga gewinnt. Die zweite Bundesliga hat gesagt, nur bei zwölf Vereinen sollen drei absteigen, das geht nicht. Dann hat man gesagt, ja, dann stocken wir auf 16 auf. Das war auch nicht so gewünscht, weil die Fernsehgröder, die werden nicht mehr, werden aber dann durch 16 teilt, aber letztendlich hat man es durchgebracht und so ist jetzt der Zustand. Und man muss ja sagen, das Problem ist ja so, immer wenn die Regionalliga reform hat, muss die Bundesliga zustimmen. Und im ÖFB ist es so, da gibt es neun Vertreter aus den Ländern, die Landespräsidenten und jeder Bundesliga-Verein hat auch keinen Vertreter. Jetzt gibt es, es sind natürlich die Landesverbände, die sind immer unterlegen, wenn die Bundesliga nicht will, geht nichts. und jetzt wird man sehen, wo jetzt die Verhandlungen sind, wie das Ganze läuft. Es ist sehr, sehr schwierig, das habe ich schon mitgekommen, wir haben das vor ein paar Jahren schon wollen, vier Regionalligen, dass man gesagt hat, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und so, waren alle begeistert in Salzburg und plötzlich, na ja, doch nicht, weil die Oberösterreicher sind so stark, da sind immer hinten dabei. Es ist immer gleich eine Begeisterung und dann denkst du ein wenig nach und dann sagen sie, jetzt bin ich mein, das ist ein ehemaliger SAK-Spieler und man, Freundschaft, wir verstehen uns gut, für Freundschaft haben wir zu wenig Kontakt. Der Doni Feldinger ist Vizepräsident beim Fußball verband worden, der ist Obmann von Seekirchen und der soll nach zwei Jahren Präsident werden, das ist schon ausgemacht und der soll jetzt aber schon diese Reformpläne mitgestalten. Ich finde, dass man vier Regionalligen oder fünf nicht schlecht ist, weil einfach die großen Reisesachen sind und wenn man heute hernimmt, Salzburg, Oberösterreich, ist eine kürzere Verbindung, wenn man heute da gegen Vöckler magt oder Wölz oder Fans spielt, da kann man sicher zuschauen mit und von Vorarlberg kommt keiner mit. Du hast gerade Spieler genannt, der Obmann ist, wir haben noch gar keine so Namen genannt, wenn du jetzt so rückblickend sagst, was sind so die SAK-Spieler, die letztendlich auch in anderen Vereinen, in anderen Ligen, in höheren Ligen erfolgreich geworden sind, gibt es da Namen, die wir erwähnen? Naja, wie der SAK 85 raufgestiegen ist, hat man den Fränke Schinkels von Holland nach Österreich geholt. Stimmt. Das ist einer bekanntesten aus der Bundesliga-Zeit, die anderen waren alles so Salzburger, die aber namentlich, wenn man sagt, der im Nachhinein auch noch bekannt war, ist der Fränke Schinkels. Hat uns allerdings bei der 100-Jahr-Feier haben wir ihn eingeladen, der Büro hat gesagt, das kostet das und das, wenn man ihn einladen, haben wir gesagt, dann soll er bleiben, wo er ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Du hast ja 100-Jahr-Feier angesprochen und dankenswerterweise auch so ein bisschen den Blick in die Geschichte gegeben. Wie ist das eigentlich bei so einem Traditionsverein, der dann unterhalb der Bundesliga ist? Gibt es jemanden, der sich so um die Chronik und die Geschichte kümmert oder passiert das mehr so nebenher? Nein, wir haben einen Spieler aus der Zeit von den 50er und 60er Jahren, der Bundesliga war, der Helmut Summersberger, der hat in seinem Haus einen ganzen Kellerraum voll mit den Archiven, und da gibt es auch das goldene Buch, wie es heißt, wo von der Gründerzeit weg, nicht täglich, aber immer alles eingetragen worden ist, der alles archiviert und im Keller hat. Das wird dann irgendwann mal vielleicht gesichtet, digitalisiert, wie auch immer? Man weiß es nicht. Na ja, der Helmut wird nächstes Jahr 80 Jahre alt. Er hat gesagt, er weiß es nicht, was mit dem passiert, weil es hat sich bis jetzt niemand bereit erklärt, zu sagen, ich übernehme es und führe es weiter und wie Sie sagen, wie du sagst, digitalisieren wir es, dann muss es einscannen. Die sind nämlich immense Ordner. Ich war schon ein paar Mal bei einem im Archiv, also halt jedes Jahr oder alle zwei Jahre das Protokoll von der Generalversammlung, alles ist dort abgelegt. Bloß man feiert ja dieses Jahr dann 110 Jahre. Die haben sich gefeiert vor kurzem in der Sommerpause, hat es die 110 Jahre eine kleine Feier, weil 110 ist ja nichts Besonderes, aber hat es eine kleine Feier gegeben, die ein bisschen eingeschränkt worden ist, weil in der Stadt Salzburg das Public Viewing, man hat das immer, wenn sowas war, im Volksgarten gehabt und da hat man ein großes Kinderfest gehabt. Jetzt hat der Bürgermeister verzweifelt versucht, einen Platz zu finden und letztendlich hat sich dann das SRK bereit erklärt, das da auf der Sportanlage zu machen, aber zeitgleich mit der 100-Jahr-Feier jetzt, dann ist das ein bisschen klein ausgefallen, aber so eine kleine Feier hat es schon gegeben, ja. Joseph, wenn wir uns in zehn Jahren wieder hier treffen, wo sollte denn, wenn alles gut läuft, dein SRK, wo sollte der sich hin entwickeln? Also was ist die Perspektive aus deiner Sicht für den Verein, dass er gesund ist und dass er letztendlich so wächst, wie du dir das vorstellst? Ja, er sollte in der Liga, in dieser vierten Liga bleiben, in der oberen Hälfte mitspielen, weil das tut den Spielern gut, den Fans und den Zuschauern und sollte dort sportlich und von seiner Zelt gesichert unterwegs sein und schauen, dass er diese zwölf Nachwuchsmannschaften beibehalten kann mit guten Tränen. Und für diejenigen, die jetzt sagen, die machen sich auf den Weg und schauen sich dieses wunderbare Sportzentrum einmal an und buchen ein Wochenende in Salzburg, um ein Spiel des SRK zu sehen, was sollten Sie sich in Salzburg, wenn Sie nur ein Wochenende haben, unbedingt angesehen haben, bevor Sie wieder nach Hause fahren? Na ja, Sie sollten einmal auf die Festung raufgehen, weil dann haben Sie einen hervorragenden Blick um Salzburg und sehen auch da auf dem Fußballplatz her und die, nur so nebenbei, der Gestaltungsbeirat hat verboten, dass wir eine Bandenwerbung haben zuerst, weil wenn die Leute von der Festung runterschauen, dann schaut das nicht schön aus. Dann habe ich gesagt, ich bin einverstanden damit, ich kriege jedes Jahr von euch 40.000 Euro, dann brauchen wir die Arbeit und die Bandenwerbung nicht machen. Das können wir nicht machen. Und da ist dann damals der Stadtrat Badutsch gesagt, Freunde, das geht nicht, jeder Verein lebt von der Bandenwerbung. Dann haben sie gesagt, aber sie dürfen nur einfärbig sein, also keine Formen. Und wir haben dann gesagt, die können uns gerne und jeder soll seine Sache machen, aber zum Beispiel Festung kann man schön runterschauen. Die Festung auf jeden Fall besucht, man ist dann direkt und die Altstadt drinnen. Genau. Und da ist der ideale Ausgangspunkt der SK-Platz. Josef, ganz herzlichen Dank für deinen Rückblick. Haben wir irgendwas noch vergessen, was wir hätten erwähnen müssen? Nein, ich glaube, das war nicht. Man kann natürlich über das ganze Tagelang reden, aber das Wichtigste, aber ich glaube, haben wir gesagt, die Entstehung bis zum jetzigen Stand. Ich habe unglaublichen Respekt vor deinem großen Engagement. Du hast maßgeblich diesen Verein mitgeschaltet. Ich wünsche denjenigen, die das jetzt tun, viel Kraft, viel Erfolg, damit dieser Traditionsverein noch lange im Fußball erhalten bleibt und vielleicht auch mal weiter oben anklopft. Ganz herzlichen Dank dir, Josef. Bitte. Vielen Dank.